Schneller Reichtum mit dem Supersystem. Spiele Lotto, gebe 140 Millionen Euro aus und erhöhe so die Wahrscheinlichkeit, einmal einen Sechser mit Superzahl zu erhalten. Oder knacke einfach einen Millionen-Checkpot in Las Vegas. Aber jetzt mal im Ernst, du brauchst mehr als Glück, um im Casino langfristig etwas zu gewinnen. Du brauchst mich, Radek Vegas, Blackjack-Autor und Coach. Blackjack ist kein reines Glücksspiel, denn auch mit Glück wirst du langfristig nur verlieren. Ich habe vier Jahre gebraucht, um Gewinn zu machen. Vielleicht bist du schneller erfolgreich als ich. Ich habe ein Buch und ca. 1000 Artikel über Blackjack geschrieben. Ich war fünfmal in Vegas und habe da nur Gewinn gemacht. Außerdem in Argentinien, Curaçao, Aruba, Bahamas, Malta, Tschechien und einigen anderen Orten mit Casinos. Und du? Ich kann dir sagen, es ist kein Glück, es ist harte Arbeit, Übung und Erfahrung. Ich bin keiner von diesen Vollidioten, die dir einen schnellen Reichtum mit einem super System versprechen. Ich habe eine wesentlich bessere Idee. Lass uns zusammen die Casinos ausnehmen. Schau mal vorbei auf blackjackwinner.de, der einzigen redaktionell gepflegten Webseite über Blackjack in Deutschland. Das ist ein kleiner Reichtum. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR